Willkommen bei Finance Experience. Heute stellen wir euch ein äußerst interessantes Video von Robert Kiyosaki in deutscher Übersetzung vor. Robert Kiyosaki spricht unter anderem über die aktuelle weltweite Entwicklung, die vermehrten Unruhen und den Niedergang Europas. Ebenfalls geht er auf den Zusammenbruch des Euro-Dollar-Systems ein, bei dem er sich sicher ist, dass es schon bald passieren wird. Wenn ihr Roberts Theorien erfahren wollt und ihr wissen wollt, auf was wir uns vorbereiten sollten, dann bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei. Robert Kiyosaki sagt. Es gibt ein altes Sprichwort, das besagt, wie man bankrott geht. Die Antwort lautet, erst langsam und dann ganz plötzlich. Und aus diesem Grund möchte ich euch Investoren warnen. Noch seid ihr alle glücklich, denn sie haben all dieses Geld in die Märkte gepumpt. Doch so wurde dieser riesige Ballon erst aufgeblasen. Dass sich all dieses Glück auch in Angst und Sorgen ändern kann, erkennen die meisten Menschen erst, wenn es zu spät ist. Die gute Nachricht ist aber, dass man an diesem Punkt auch reich werden kann. Ein großes Thema ist aktuell die steigende Inflation. Schaut man sich die richtigen Zahlen an, so befinden wir uns bereits heute in einer Depression. Erst kürzlich hat sich die Euro-Dollar-Kurve invertiert, und jedes Mal wenn das in der Geschichte stattfand, ist etwas sehr Schlimmes passiert. Und so wird es auch diesmal wieder geschehen. Erinnern Sie sich an meine Worte, wir werden die größte Depression in der Weltgeschichte sehen, weil die Fed uns gar nicht retten kann. Dabei ist der Euro-Dollar-Markt so viel größer als die Fed. Der Euro-Dollar-Markt ist der größte Markt der Welt, und er ist einfach umgekippt. Es geht steil abwärts, und Europa geht gerade zugrunde. Es gibt so viele Unruhen wegen dieser Dinge, denn die Leute können es nicht mehr ertragen, die Unsicherheit ist einfach zu groß. Ich werde die Politik der Fed nicht mehr kommentieren. Der Vorsitzende Powell hat deutlich gemacht, dass die Fed die Instrumente hat, um die Inflation zu senken, und das ist sein Schwerpunkt. Sie wissen, dass die Fed ein doppeltes Mandat hat. Man kann wohl mit Fug und Recht behaupten, dass die Wirtschaft mit dem stärksten Arbeitsmarkt seit Generationen Vollbeschäftigung erreicht hat. Doch die Inflation ist zu hoch und sie muss gesenkt werden. Jerome Powell wird jetzt versuchen, die Zinskurve nach oben zu drücken. Aber wie viele von Ihnen wissen, ist die reale Renditekurve eine Euro-Dollar-Kurve. Und wenn sie invertiert, dann folgt jedes Mal eine Tragödie. Die meisten von uns sind alt genug, um sich an das letzte Mal zu erinnern. Schaut euch die Krise aus 2000 an, denn damals invertierte die Euro-Dollar-Renditekurve, und auch damals versuchte die Fed ebenfalls sie aufrecht zu erhalten. Die Fed drückt sie also in diese Richtung, aber der Euro-Dollar geht in eine andere Richtung. Und das führte zum Lehman-Moment 2008. Und was geschah dann 2019? Der Repomarkt kehrte sich erneut um, und der US-Dollar kehrte sich ebenfalls um und Covid erschien. Die Euro-Dollar-Renditekurve hat sich also erst kürzlich wieder umgekehrt. Und ich schließe mich der Meinung meines Freundes Jim Mückerts an, dass der nächste Umschwung der größte von allen sein wird. Das sind gute Nachrichten für einige Leute, aber schreckliche Nachrichten für die Boomer, die jetzt in den Ruhestand gehen. Wir müssen nur einen Blick auf unser System werfen. Die einzige Möglichkeit, wie Geld entsteht, ist Überschulden. Eines der traurigsten Dinge über das heutige Amerika ist, dass wir die größte Schuldner-Nation der Welt sind. Die Fed stellt also ein Scheck aus, die nächsthöhere Bank bekommt den Scheck und verleiht ihn weiter. So bekommen Leute wie ich Geld umsonst. Aber die kleinen Leute auf der Straße, die können sich nichts mehr leisten. Das ist der Grund, warum ich mehr und mehr dazu übergegangen bin, nicht Teil des kommunistischen Systems namens Zentralbank zu sein. Schauen Sie sich nur die Sozialversicherungen an, sie gehen alle pleite. Und wir sind dabei verdammt nochmal den Bach runter zu gehen. Wenn sie Freunde oder Familienmitglieder haben, die dumm genug sind, sich auf ihre Rente zu verlassen, dann sollten sie diese unbedingt warnen, denn der größte Pensionsfonds in Amerika wird pleite gehen. Das heißt, Feuerwehrleute, Lehrer, Beamte, sie alle sind am Ende. Sie werden herausfinden, dass die Regierung nicht ehrlich zu ihnen war. Die Inflation wird sie ganz schön aus der Fassung bringen und ein Börsencrash wird die Babyboomer zu Fall bringen. Wir sind also in ernsten, wirklich ernsten Schwierigkeiten. Ich persönlich habe keine Aktien, wissen Sie ich investiere nicht in den Aktienmarkt. Aber meine Sorge gilt jetzt der Revolution. Denn dazu wird es kommen, wenn die Leute sich kein Essen mehr leisten können, dann wird es zu Aufständen kommen. Es ist also eine ganz andere Art von Blase geplatzt, als Biden uns von der Pipeline genommen hat. Die Ölpreise stiegen, aber Öl produziert Dünger. Und wenn Dünger nicht mehr billig ist, können die Leute keine Lebensmittel produzieren und der Durchschnittsamerikaner hat dann nichts mehr zu essen. Wissen Sie, ganze 40 Prozent der Amerikaner besitzen jetzt schon nichts mehr. Zudem haben sich die Unruhen in Europa ausgeweitet. Österreich und die Türkei sind in ernsten Schwierigkeiten und so gerät die Weltwirtschaft aus den Fugen. Wenn das den Aktienmarkt zum Einsturz bringt, was glauben Sie passiert dann mit den Renten? Aktuell gehen Zehntausende Boomer in den Ruhestand und sie sind vom Aktienmarkt abhängig. Und wenn das Euro-Dollar-System zusammenbricht, was denken Sie wird dann mit dem US-Aktienmarkt passieren? Lassen Sie es mich also noch einmal sagen. Dies ist ein altes, sehr altes Sprichwort in meiner Welt des Investierens. Wie sind Sie pleite gegangen? Nun, auf zwei Arten. Zuerst langsam und dann ganz plötzlich. Und ich denke, das ist meine heutige Warnung an Sie. Wenn ich Sie wäre, dann würde ich mich jetzt auf den Absturz vorbereiten. Jedem sollte bewusst sein, dass die Vett das nicht aufhalten kann, was jetzt passieren wird. Man muss nun für sich entscheiden, ob dies eine gute oder eine schlechte Nachricht ist. Und deshalb sage ich den Leuten, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um in Gold und Silber einzusteigen. Gold und Silber sind für mich Götter, denn es gibt kein Gegenpartei-Risiko für Gold und Silber. Und wie bereits gesagt, wenn man sich die Zahlen ansieht, befinden wir uns bereits heute in einer Depression. Und der beste Zeitpunkt, um sich auf einen Absturz vorzubereiten, ist immer vor dem Crash und nicht danach. Also meine Damen und Herren, es ist besser jetzt klug als euphorisch zu sein. Das ist es, was ich sagen will. Und was denkt ihr? Liegt Robert mit seinen Einschätzungen richtig und wir erleben jetzt tatsächlich bald den Zusammenbruch des Euro-Dollar-Systems? Schreibt uns dazu unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald! Euer Team von Finance Experience com imaginar essentiell ist mit